Was hier alles für ein Dreck in der Stadt, in der Luft ist, ne? Ist ja nicht mehr normal. Hallo! Ne, schön, dass ihr wieder da seid. So, dann lasst uns mal den Hakon suchen. Den alten Gauner. Ist er gut? Ist er böse? Was ist denn jetzt mit ihm? Wir werden es nie erfahren. Oder doch? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Bevor ich jetzt hier kilometerweit... Was dauert das denn hier so? Ach ja, da war ja was. Hä? Hä? Okay, auf dem Weg liegt noch ein Fragezeichen, was wir uns holen können. Das waren eigentlich die Mods, die man auf die Waffen macht. Auch ein... Oh, er kann mal aber angerannt werden. Wir haben ja richtig Bock gehabt, ne? Alter, Leute, beruhigt euch doch mal. Er genießt erst mal das Lagerfeuer hier. Ja, immer mit der Ruhe. Äh, die Mods, die man drauf hat, kann man die ja nicht... Ja, ich sag mal erneuern. Ich mein, wenn ich jetzt die Feuermods nochmal verbessere, kann ich die dann neu drauf machen? Oder auch ändern? Wenn ich jetzt sage, ich weiß ich, ich will jetzt kein Feuer mehr. Na gut. Lass rein. Lass rein da. Ja, ey, das wollte ich nicht. Ey, das stirbt doch einfach. Was soll das denn? Was spinnt der? Oh. Da quält sich noch ein bisschen. Wir kommen ja böse. Das ist schon eine seltsame Scheiße. Ähm, kriege ich hier irgendwie eine Belohnung? Hallo? Kriege ich... Ich kriege keine Belohnung? Na gut. Dann lass uns abhauen. Moin! Einer von diesen kranken Schweinen, die dann einfach explodieren, ey. Nicht mit mir, Bruder. Hier ist ein Windrad. Mhm. Okay. Oh, moin. Also. Ich glaube, du spinnst ja. Geh mal schön ins Feuer, du Idiot. Ich habe ihn getroffen und ich habe ihn nicht gestaggert. Geht er auch rein, Mann? Okay, getroffen. Ja, wo bin ich? Wo ist Aiden? Such mich. Such den Aiden. Oh, das war ein Wurfmesser, Mann. Das ist aber unfair. Oh, Mann, Alter, weil hier immer irgendwas im Weg steht. Jetzt lass mich... Lass mich jetzt in Ruhe. Ja, Digga. Ich dachte, er schubst sie mit Feuer. Schade. Schade, schade Marmelade. So. Und du, und du. Alle, gebt mir euer Nut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Windräder geil finden soll, oder? Ja, scheiße. Ist halt so. Okay. Gut, das geht bis jetzt. Das ist easy. Und noch darüber. Weißt du, das ist der Grund. Das ist der Grund. Eben hier. Das ist auch wieder ewig. Man muss halt immer genau abwarten bei diesem Windmühlen. Du darfst nicht zu früh springen. Zu spät gibt es fast nicht. Obwohl, doch. Ja, doch, doch. Gibt es auch. Du weißt, jetzt fährt das andere nämlich mit hoch. Das nervig, Alter. Jetzt war ich sozusagen zu früh drauf. Das wird jetzt wieder knapp mit der Ausdauer. Okay, gerade so. Meine Fresse, Leute, Alter. Also manchmal gibt es halt einfach so Sachen im Spiel, die einen nerven, ne? Obwohl die jetzt... Naja, es ist ja nichts Schwieriges oder Schlimmes, aber wenn du da abschmierst... Es ist halt so unnötig manchmal, ne? Wo du denkst, meine Fresse, Leute. Lass heute was anderes einfangen mit dem Scheiß. So. Ja, haben wir genug gesehen, jetzt schon. Ihr habt schön aufgebaut, super gemacht, Mann. Händler wäre jetzt geil, ne? So, ich bin... Ich dachte, was macht der ja, Alter? Er ist einfach nur die Seilrutscher damit. Oh, was ist denn das? Willst du mich verarschen, oder was? Ja, nehmen wir mit. Da hat er nur Schrott hier. Okay, komm. Ja, ich bin mal eben Tag und Nacht ändern. Also Tag nach Tag. Ich glaube, wenn man geschlafen hat, dann... Äh, haben die auch neue Angebote. Ich will gleich nochmal Tag machen. Warte mal. Hat der... Hat der alles neu? Ja, ich mein, wenn wir schon mal hier sind, die Dosen können wir gebrauchen. Wir müssen vielleicht auch öfter mal die Armbrust einsetzen. So, jetzt nochmal eben auf Tag. Also, ich mach's jetzt. Ich will jetzt hier nicht irgendwie den... den Händler da ausluten, oder so ein Quatsch. Ich wollte nur mal eben einen frischen Tag haben. So, frische Unterbox. Aber wir können natürlich noch mal reingucken. Jetzt, wo er schon mal... Uh! Okay, den haben wir ja schon, ne? Der Bolzen. 153, 7, 7 Schaden tagsüber. Plus 20 Prozent. Äh, Kraftangriff. Okay. Mal eben reingucken. 151 Kraftangriffe von der Gesundheit. Oh, ich glaub, wir nehmen den anderen. Hm, das wird jetzt aber auch teuer dann. Hm, hm. Ja. Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Gib dir gleich ein Schnäppchen. Und was kriegen wir dafür? 290. Das musst du dir reinziehen. Scheiße. Er ist halt besser, ne? Schaden tagsüber. 20 Prozent. Oh, Alter. Du bist so teuer, du kleiner... Ja, nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir auch noch mit. Alle. Ja, das auch. Ja, die ziehen mich hier ab, Alter. Die ziehen mich übelst ab. Ich schwör's euch. Lass mich hier raus. Naja, ich... Wie, und ich kann nicht hier auch mal... Ne. So, dann lass uns da doch mal... Oh. War da fast im Tod gesprungen hier. Schaden tagsüber ist geil, weil... Ähm... Ja, wir sind ja meist tagsüber unterwegs einfach. Ist halt so. Ja, komm, beruhigt euch. Alles gut, Leute. Wir wollen nur zu Harkon. Nein! Das war so dumm, wieder. Die sind immer so dumm. Egal, komm. Alter, die liegen hier einfach auf dem Boden rum. Okay. Ähm... Was haben wir jetzt für eine Waffe? Äh... Da. Oh. Wo ist dieser, äh... Besagte Hemdstoffbehälter, bitte? Mal eben auf die Karte gucken. Ich mein, wir sind jetzt hier. Das ist auch das... Äh... Okay, es ist dann... Es ist dann tatsächlich da drin. Ja... Der Knick neben Quest. Die andere Quest führt sofort den Übergang zur Nacht. Okay. Ähm... Oh, wir sind jetzt im Dingsgebiet auch dann, ne? Ähm... Abtrünnigen Gebiet. Oh, mal sehen, wer hier abtrünnig ist, ne? Was wir so drauf haben, die kleinen Sträuche. Okay, hier kann man rein, denke ich, mal. Okay, wahrscheinlich oben oder wie auch immer. Gucken wir uns da nochmal. So, wo ist Harkon? Ein Baum ist Harkon hier hinten ganz. Okay. Wir müssen nach diesen Containern dann auch Ausschau halten. Ne? Ich mein... Was ist mit ihm denn da? Was ist das für ein Level? Level 6. Ja, gut. Ähm... Wenn die einfach in der Gegend immer rumstehen. Okay. Ja, haben wir registriert. Alles klar. Wie kommen wir da rüber? Denn da ist ein Brücke. Über die können wir da rüber. Ist das nicht da, wo die Kirche ist? Ja, tatsächlich. Quasi-Modo. Äh, wir waren da schon? Jetzt ist es halt dann... Okay. Okay, 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 okay. Wo genau? Können wir das nochmal eben, äh... Ausführlich besprechen? Hier ist... Hier ist Hemdstoff. Achso, ja klar. Hier ist ja die Kirche. Alles klar. Mhm. Okay, den Hemdstoff können wir uns holen. Der ist ja unten im Wasser drin, glaube ich, ne? Ja, ja. Komm, das will mir keinen. Okay, cool. Hä? Den zeigt er mir aber nicht an. Vielleicht bin ich den anderen angezeigt. Oder ist der oben drauf? Vielleicht oben drauf. Lass uns mal gucken. Nee, der ist unten im Wasser. Gut. Da ist er. Mhm, geil. Finde ich nett von dem Hemdstoff, dass er sich hier im Wasser befindet, wo ich jetzt nicht viel machen muss. Ja. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Lower Damned Air. Äh, 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 äh. Abbrünnigen Gebiet. Na, nicht mehr lange, Freunde. Das lassen wir mal, ne? Wir wollen die nicht hier in unserer City haben. Immer eben rüber geschwommen. Ah, hoch da. So, hier sind wir, glaube ich, gerade erst mal safe. Dass wir unsere Fertigkeiten wir nehmen hier. Ein bisschen mehr Gesundheit. Wir können es immer gebrauchen. So, jetzt haben wir schon zehn Minuten sechsundzwanzig. Irgendwo hat hier jemand geredet. Da hinten. Warum ist das hier abtrünnigen Gebiet? Ah. Ja, doch. Okay. Ähm, was muss ich tun? Äh, äh, ja, was muss ich tun? Damit das uns gehört. Das ist, äh, unser, unser. Hier ist noch ein Ort, den wir freispielen können. Ah, da ist das Windrad. Hm. Na gut, lass erst mal zu Harkon. Wo kam Oskar denn her, Mann? Ich hab' gar nicht mitgekriegt. Okay. Hä? Hä? Entdeckt? Die hatten wir, äh, okay. Wir waren hier schon mal. Hä? In der Kirche? Da waren wir noch gar nicht, Herr Harkon. Hast du das? Hä? Ach, hier waren wir. Bei der Kirche. Ja, okay. Das ist eine andere Kirche. Ja, sag das doch. Oder? Ich dachte, wir waren hier schon mal. Oh. Hemmstoff. Mach mal die Tür auf. Wie komm ich denn? Hier. Okay. Geh erst mal hoch. Geh erst mal hoch. Ja, ja, genau. Ja, du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Du schaffst das. Könnte es hier? Ja, geht's in die Richtung. Okay. Ah, Witze. Okay. Psch. Na, Frank, die Kirche ist leer. Was redest du da? Na, Harkon ist nicht hier, aber offenbar hat ein Abtrünnige ihr Lager hier. Ah, das Feuer glüht noch. Aiden? Okay. Was wolltest du von mir, Harkon? Warum nicht? Ist ja schon eine Weile her. Hast offenbar ein paar neue Freunde. Und wie geht's Lawan? Du weißt nicht, wo sie ist? Nein, aber ich weiß, dass jemand die Top-Offiziere von Williams umbringt. Immer mit einem einzigen Armbrustbolzen. Klingt ganz nach Lawan, oder? Na gut, Pilger. Kommen wir zur Sache. Kommen wir zur Sache. Wals hat dich also immer noch an der Leine. So, genug geredet, Aiden. Gib mir den Schlüssel. Was? Den CRI-Schlüssel, Aiden. Da piss dich. Gib ihn mir. Versuch ihn dir doch zu holen, Harkon. Ja. Das werde ich auch. Okay. Versprochen. Dann komm doch. Nimm ihm den Schlüssel ab. Ha, ha, ha. Die Kleinen hier. Du vollidiot, Alter. Dann komm doch. Ey, Alter, ey. Jetzt reicht's mir aber, ne? Okay, hätte ich das vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht wäre dann auf unserer Seite. Der arbeitet einfach für die Abtrünnigen so. Das war's. Ich muss den mal reinziehen. Der Idiot hat uns geholfen. Ja, ich raste bestimmt gleich wieder aus, hier. Das hat alles Wichser, Alter. Ich brauche ein bisschen Regeneration, der Ausdauer. Ey. Er steht da einfach. Da oben. Ja. Na, komm doch runter, Mann, wenn du Stress willst. Oh. Okay. Wo? Ach, da oben. Ja, 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 okay, den holen wir uns. Hätten wir Haken auf unsere Seite ziehen können? Na, ist egal. Also, er hat uns hierher gedockt, um den Schlüssel zu machen. Das ist ja für ein Arsch, Alter. Da kommt doch alle her. Mir ist das egal. Ich lege mich auch mit euch allen an. Das ist schon mal direkt looten. Während der noch stirbt. Hinter uns einander. Bleibt da oben? Hä? Stellt sich wieder auf seine Position. Position halten. Ja, okay. Macht er, ne? Wow. Nein, da war ich diesmal. War ich erst da. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Mann. Digga, jetzt reicht es mir. Oder? Okay. Ah, ich dachte, ich kann auch ausreichen. Okay, schnell hier. Da kommt noch einer. Hallo. Ich kann mal so behindert sein. Der geht da wie so eine Scheißschnecke lang. Oh, Alter. Er ist richtig drauf. Okay. Weil eben hier bis hier oben ist er. Trinken ja Tage. Und einmal noch. Okay, dann holen wir uns hier nach unten. So, halt. Oh, ich müsste mal eben ausrüsten. Neues Healing. Ich glaube, das kann, können wir eben warten, ne? Äh, hier. Okay, auf Stufe 3 haben wir was. So. Wo ist denn unser Freund? Komm. Gut, 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 gut. Wo seid ihr denn? Ja. Hallo. Zack, weg ist er. Ja. Ist doch gut. So, kommt noch jemand? Was hat er jetzt geworfen? Einen Stein oder was? Oh. Oh, brennst du etwa? Oh, du brennst für deinen Auftrag, ne? 10 aktualisiert. So, lieber Harkon. Oh, nein. Folge ist vorbei. Leute, wir sind zur nächsten Folge. Cliffhanger, bis gleich. Oh, nein. No,itta, bis gleich. Ciao, nicht.